Arthurs Herz Eine Reise zur inneren Königswürde Kapitel 1 Die Entdeckung des königlichen Wesens Es war einmal ein fernes Königreich, das in den Geschichtsbüchern der Zeit verloren zu gehen drohte. Die Schleier der Vergangenheit hüllten dieses vergessene Land ein, und inmitten dieses faszinierenden Reiches erschien eine Gestalt, die das Schicksal in sich trug. Sein Name war König Arthur, ein Mann von seltener Art, dessen Gegenwart wie ein verheißungsvoller Hauch über dem Reich schwebte. Arthur, ein König, der mehr war als ein Herrscher über Land und Leute. Sein Königtum manifestierte sich nicht nur in der äußeren Form seines Thrones, sondern vor allem in seinem inneren Wesen, das ihn zu einer einzigartigen Erscheinung machte. Er trug seine Krone nicht nur auf dem Kopf, sondern auch in seinem Herzen, wo der Mut und die Sehnsucht nach einer tieferen Verbindung mit den Menschen um ihn herum pulsierten. Arthur war kein gewöhnlicher Monarch. Er war ein Mann von erhabenem Mut, der es wagte, sich einzugestehen, dass er mehr wollte als die weltlichen Reichtümer und den Glanz des Königtums. Seine Seele sehnte sich nach einer Liebe, die über die Oberfläche der Höflichkeit und des höfischen Protokolls hinausging. Ein König, der nicht nur mit Worten, sondern vor allem mit Taten zeigte, dass Liebe eine lebendige Kraft ist, die in Taten umgesetzt werden muss. Arthurs Reich war nicht nur ein geografisches Territorium, es reichte weit über die Grenzen seiner Burg hinaus. Seine Macht lag nicht nur in den Mauern, die sein Reich umgaben, sondern vor allem in den unsichtbaren Banden der Achtung und des Respekts, die er zwischen den Herzen seiner Untertanen knüpfte. Nicht nur einmal hatte Arthur bewiesen, dass ein wahrer König nicht nur Lippenbekenntnisse abgab, sondern dass seine Liebe in seinen Taten lebte. Er gab nicht nur sein Wort, sondern auch einen Teil seines Wesens, ein Wesen, das in der Hingabe seiner Zeit und Aufmerksamkeit, in der Bereitschaft für seine Untertanen da zu sein, gipfelte. Arthurs Herrschaft war nicht nur von äußerem Glanz geprägt, sondern auch von der inneren Wärme seines Wesens. Seine Königsgestalt definierte sich nicht allein durch äußere Pracht, sondern vor allem durch die subtile Kraft seines Charakters. Ein König, der nicht nur die äußere Fassade seines Thrones pflegte, sondern auch die inneren Räume seines Selbst. Die wertvollsten Ressourcen eines wahren Königs waren nicht in Schatzkammern oder Geldscheinen zu finden. Arthur teilte nicht nur sein Vermögen, sondern auch das Kostbarste, was er besaß. Seine Zeit und Aufmerksamkeit. Es war diese Großzügigkeit, die die Menschen in seinem Reich spürten, und sie erkannten, dass Arthur nicht nur ein Herrscher, sondern auch ein Diener seiner Gemeinschaft war. Und so begann die Legende von König Arthur, der nicht nur ein König im äußeren Sinne war, sondern auch ein Hüter des königlichen Wesens, das das Gewebe seines Reiches durchdrang. Seine Geschichte erzählt nicht nur von einem Monarchen auf einem Thron, sondern von einem Menschen, der bereit war, die Geheimnisse der Liebe, des Respekts und der Hingabe zu erforschen und in die Welt zu tragen. Kapitel 2 Die Reise zum inneren Königtum Tief im Reich, hinter den prunkvollen Mauern des Königsschlosses, begann König Arthurs Reise zur inneren Königlichkeit. Seine Suche nach der wahren Essenz seines Seins führte ihn durch die verborgenen Pfade seines eigenen Bewusstseins. Arthur war kein König, der sich mit äußerem Glanz begnügte. Er strebte nach einer Tiefe, die über den sichtbaren Schein hinausging. Arthurs Weg begann nicht mit prunkvollen Zeremonien oder königlichen Erlassen, sondern in den stillen Kammern seines eigenen Herzens. Hier, in der Abgeschiedenheit seiner Gedanken, stellte er sich den Schatten und Dämonen, die in den dunklen Winkeln seiner Seele lauerten. Diese Reise der Selbstfindung war nicht einfach, denn sie erforderte Mut und die Bereitschaft, in den Spiegel der Wahrheit zu blicken. In den stillen Stunden der Nacht, wenn der Mond sein silbernes Licht über das Reich ausgießt, taucht Arthur in die Tiefen seines Inneren ein. Dort begegnete er seinem inneren Kind, das nach Liebe und Verständnis dürstete. Arthur, der König, wurde zum Heiler seines eigenen Wesens. Er reichte seinem inneren Kind die Hand und führte es aus dem Schatten der Wunden der Vergangenheit in das Licht der Gegenwart. Der Weg zur inneren Königswürde war ein Weg der Selbstheilung. Arthur, der souveräne Monarch, lernte, seine eigenen Wunden zu umarmen und zu heilen. In der Furchtlosigkeit, seine eigene Wahrheit auszusprechen, fand er den Schlüssel zu den verborgenen Türen seiner Seele. Die kraftvolle Resonanz der Authentizität durchdrang seine königliche Gestalt und strahlte wie ein lebendiges Licht in das Reich hinaus. Arthur, der König, erkannte, dass wahre Macht nicht durch Kontrolle, sondern durch Freiheit entsteht. Er wählte nicht die Fesseln äußerer Autorität, sondern die unabhängige Herrschaft über sein eigenes Wesen. Die Regeln, nach denen er lebte, entsprangen nicht den Erwartungen der Welt, sondern den inneren Gesetzen seiner Souveränität. Seine Risikobereitschaft war nicht durch die Angst vor dem Scheitern begrenzt. Im Fallen sah er nicht die Niederlage, sondern die Chance, wieder aufzustehen und gestärkt weiterzugehen. Arthur führte nicht nur mit Worten der Führung, sondern mit dem Beispiel der Liebe. Sein Königtum war nicht von der Aura der Unantastbarkeit geprägt, sondern von der Wärme der Menschlichkeit. Die Königin an seiner Seite fand in Arthurs Führung nicht nur Sicherheit, sondern auch die Freiheit, sich voll zu entfalten. Arthur beschützte nicht aus mangelndem Vertrauen in ihre Fähigkeiten, sondern aus der tiefen Überzeugung, dass sie von unschätzbarem Wert waren. Die Ritterlichkeit, die er kultivierte, spiegelte sich nicht nur im äußeren Verhalten wider, sondern auch in der Achtung der inneren Würde eines Jeden. Arthurs Herrschaft war von Integrität geprägt. Er ließ es nicht bei Worten bewenden, sondern untermauerte sie mit Taten. Der Respekt, den er sich selbst entgegenbrachte, fand seinen Widerhall in der Art und Weise, wie er seine Königin und sein Volk behandelte. Arthur lebte nicht nach den Erwartungen anderer, sondern nach seiner eigenen inneren Kompassnadel. Und so wandelte König Arthur, begleitet von der sanften Melodie seiner inneren Reise, auf den Pfaden des inneren Königtums. Sein Reich blühte nicht nur äußerlich, sondern auch in den tiefen Wurzeln seines Selbst. Während er weiter durch die geheimnisvollen Ebenen seiner eigenen Seele wanderte, öffnete sich vor ihm ein Weg, auf dem die Königin seines Herzens auf ihn wartete. Kapitel 3 Die Suche nach der Königin In den verschlungenen Gärten seines Reiches, wo die Blumen in üppiger Pracht blühten und die Vögel in melodischer Harmonie zwitscherten, fand König Arthur den Schauplatz für das nächste Kapitel seiner epischen Reise. Die Suche nach der Königin, die sein Herz mit dem Zauber der Liebe erfüllen sollte, vollzog sich inmitten einer Landschaft, die von der Poesie des Lebens durchdrungen war. Arthur, der in seinem eigenen Reich herrschte, wusste, dass wahre Liebe bedingungslos ist. Er breitete seine Flügel der Großzügigkeit aus und verteidigte diejenigen, die Schwäche zeigten. Sein Blick richtete sich nicht nur auf die hohen Türme seiner Burg, sondern durchdrang die Herzen aller Untertanen, die unter seinem Schutz standen. Niemand galt als unter ihm, denn in den Augen des Königs war jeder Mensch, unabhängig von Stand, Reichtum oder Position, von unschätzbarem Wert. Arthur, der Edelmann, verkörperte das Rittertum in seiner reinsten Form. Seine Worte klangen nicht nach Unterdrückung, sondern nach Anerkennung der Stärke und Anmut des weiblichen Chaos. In der Wärme seiner königlichen Umarmung fand die wilde weibliche Essenz einen sicheren Hafen, in dem sie gedeihen und sich entfalten konnte. Die Suche nach der Königin war keine hastige Jagd, sondern eine geduldige Expedition. Arthur verlangte nicht, dass sich sein weibliches Pendant in vorgegebene Formen einfügte. Im Gegenteil, er schuf einen Raum, in dem sie ihre ganze Weiblichkeit ausdrücken und erforschen konnte. Er kannte keinen Maßstab, der sagte, sie sei zu viel, sondern war stark genug, ihre ganze Pracht zu umarmen. In Arthurs Herz war kein Platz für die Lügen schöner Fassaden. Ein König sprach die Wahrheit nicht nur aus, er lebte sie. Er öffnete nicht nur die Tür zu seiner Seele, sondern erwartete dasselbe von seiner Königin. Die Kommunikation zwischen ihnen war nicht nur oberflächlich, es war ein tiefer Austausch von Gedanken und Gefühlen, der das Band ihrer Liebe stärkte. Arthurs, der Vergebende, war nicht nur in seinem Handeln geduldig, sondern auch in seiner Liebe. Respektlosigkeit konnte in seinem Reich keinen Fuß fassen, aber er verstand, dass die menschliche Natur fehlerhaft ist. Wenn er sich irrte, gab er es zu, übernahm die volle Verantwortung und wies furchtlos, aber liebevoll auf die Fehler hin. Er suchte nicht den Konflikt, aber er wagte es, seine Königin auf ihre Fehler hinzuweisen, nicht aus Herrschsucht, sondern aus dem tiefen Wunsch heraus, dass sie die Königin bleiben möge, die sie war. Der König kämpfte für seine Königin, er stand an ihrer Seite, aber er hatte auch den Mut, sich ihr zu widersetzen, wenn es nötig war. Er verstand es, sie sanft und doch leidenschaftlich zu berühren, und beherrschte die Kunst, ihre sexuelle Energie in einer Weise zu entfesseln, die nicht von animalischer Begierde, sondern von tiefer Liebe geleitet war. Arthur, der Gebende, stellte nicht nur sein eigenes Vergnügen in den Vordergrund, sondern auch das seiner Königin. Er erkannte, dass ihre Befriedigung auch seine eigene Freude steigern würde. Ein wahrer König würde das Beste in seiner Königin hervorbringen, weil er nichts weniger als das Beste von sich selbst verlangte. Ihr Zusammensein war nicht nur die Vereinigung zweier Individuen, es war eine heilige Verschmelzung von Energien, die ein göttliches Band knüpften. Arthur war nicht nur ihr König, sondern auch ihr göttlicher Spiegel, der es beiden ermöglichte, in einer Weise zu wachsen, die sie allein niemals hätten erreichen können. Und so, meine Damen, rief Arthur euch auf, eure Souveränität einzufordern und die Arbeit zu tun, um wahre Königinnen zu werden. In der Weite seines Reiches erklang die Melodie der Hoffnung, denn er versprach, dass es wahre Könige gibt, auch wenn sie selten sind, und dass immer mehr von ihnen erwachen. Gebt nicht auf, denn euer König ist das Warten wert. Glaubt, dass in den Zauberwald des Lebens eure Liebe gefunden wird, und dass eure Majestät, eure Männlichkeit und eure Souveränität erblühen werden wie die Blumen in den Gärten von Arthurs Reich.